Wenn du Aufklärung im Feld durchführst, musst du improvisieren können. Ein Tötungskommando wurde auf deine Quelle angesetzt und hat das Gebäude umstellt. Da Munition und Verteidigung begrenzt sind, musst du mit deinen Mitteln gut haushalten, um die Zielperson zu schützen. Capcan ist unser bester Operator für solche Situationen. Sein Markenzeichen, die Zugangssperren, helfen dir, Feinde zu neutralisieren, wenn sie durchbrechen wollen. Der Feind formiert sich neu. Bereich sichern. Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Geisel absichern. Se св olds. 扶다�이end. Steine. Geisel absichern. Geisel absichern. Geisel absichern. Geisel absichern. Drei Teile sind übrig. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Geisel verletzt. Sie wurde vom Feind getroffen. Die Feindkämpfer sind eliminiert. Der Feind formiert sich neu. Die Geisel sichern. Du bist verwundet. Ich helfe dir. Geisel wiederbelebt. Beschützt sie. Feindlicher Angriff. Die Geisel absichern. Drei. Die Geisel Hastichern. Drei. Waires zu fließen. Drei! Ver seasch. Den tin zu den Beisen. Drei! Drei! die gegner haben sichtkontakt zu geißel bewegung die fangen wir ab die bedrohung wurde eliminiert bereich verstärken der feind formiert sich neu wir haben die geisel wiederbelebt feindlicher angriff kampfbereit machen drei gegner üblich zeitkämpfer wurden neutralisiert eigener trupp siegreich alle gegner eliminiert siegreich